Jumann Leute hier ist euer Mr Ganchen und mein Name ist Raphael und ja an euch allen Abonnenten einen guten Rutsch ins neue Jahr ja ich möchte mich echt äh für bedanken an euch allen allen Abonnenten also mein Ziel für das Jahr übertroffen was ich eigentlich erreichen wollte ist übertroffen also ich wollte eigentlich maximal 300 Abonnenten erreichen und damit werde ich schon zufrieden aber ich habe mehr und ja ihr seid ich habe eine coole community ok nicht ok es gibt ein paar scharfe Schäfe ihr wisst schon ist immer so aber der aber so 96 prozent ist korrekt und ja ich möchte mich echt bedanken und ja was ich für das nächste Jahr so vor habe kann ich ein bisschen sagen also ich werde mir also wenn ich mein zweites ausbildungsjahr mache und wenn ich Geld verdiene also für den erst beim zweiten ausbildungsjahr oder ich mache davor noch einen Nebenjob wenn ich dazu bock habe ähm welch mir eine eine elgato kaufen und werde dann battlefield 4 ähm gameplay glaube ich heißt es also ihr wirst schon online spielen und dann auch forza online und für call of duty eher nicht ne call of duty mag ich jetzt nicht so ähm und dann auch vielleicht so andere games wie was was gibt's denn noch weiß mache ich jetzt auch nicht so ja eigentlich nur diese zwei spiele erst mal und wenn vielleicht neue spiele rauskommt dann werde ich die halt let's playen bei battlefield gibt's schon let's plays und das würde sich niemand drei vier mal hinter der nase ich anschauen deshalb und was ich noch vor habe also wie ihr merkt in meinem kanal also versuche ich echt ganz ganz viele sachen versuche ich hier also ich versuche dies dies intro mache ich jetzt ich mache also ich mache also ich versuche echt viele sachen und euch nicht okay das schon mal laptop ist so laut ähm ja euch nicht wundern wenn jetzt ein paar videos sind die komisch sind weil ich probiere ein paar sachen aus ich will sehen wie eure reaktion ist und so ähm wie er darüber denkt und ähm wie er das findet und so ja euch nicht wundern wenn ich da ein paar sachen so wie das mit forza motorsport war nur so ein kleiner test wollte ich nur schauen wie so eure reaktion ist ihr so was eher nicht ich glaube ihr mögt ähm eher wenn ich ein autorennen fahre und dann rede ich glaube das ist besser und nicht nur so ein bild und dann rede ich da und richtig gutes spiel auf ja vielleicht wird noch was anderes rauskommen ich bin überlegen auch mir also ich bin auch am überlegen wir auch noch eine kamera zuzulegen also für face game so wenn ich sagen wir mal ein unboxing mache oder sagen wir mal einfach so über etwas reden will und keinen bock zu spielen habe dann kommt man hat so eine hdmi kabel hdmi kamera wo ich in hdmi grafik halt wenn ich mir noch kaufen ja also so langsam kann ich mir sagen weil ich bin jetzt nicht so einer der sagt ja okay ich mache es dies und dies und ich muss jetzt irgendwie muss ich das durch mein youtube verdient geld und so und ich muss jetzt durch das geld was ich verdiene durch youtube irgendwie an meinen geräten investiert ich mache es halt nur so hobby mäßig weil es mir spaß macht und mir ist es egal ob ich das geld jetzt nicht rein bekomme sagen wir nach zwei jahren bekomme ich das geht noch immer nicht rein das ist mir scheißegal ich mache es nur so aus spaß weil es einfach nur spaß macht hier ähm die videos da ähm ja da diese sachen zu machen das weiß ich wie das heißt ähm ihr wisst schon was ich da meine ähm ja macht halt einfach nur spaß weil so wie ja ich will jetzt keinen namen nennen Aretto ähm da hat sich irgendwie aufgeregt aber nicht aufgeregt dass irgendwie das geld jetzt nicht so alles ganz ja ich weiß nicht ob sie sich da aufgeregt haben und ich habe mir vor sechs monaten das video reingezogen ich weiß nicht mehr hat wird ja ich hab das geld noch nicht drin und so ähm mir ist scheißegal also mir ist geld jetzt nicht so mir ist geld an der an fünften stelle mir ist was ganz anderes ganz ganz wichtig ähm ja also wenn ich wenn ich geld für etwas geld ausgebe und ich habe dabei spaß das ist mir egal ob ich das geld bekomme oder nicht und ja jetzt habt ihr so eine kleine übersicht was ich nächstes jahr machen werde also nostel bleibt immer mal kanal ich bin nicht wie Aretto Aretto du bescheiße ähm ähm ich bin nicht wie Aretto äh scheiß Spaß man das kann man nicht sagen hat ja kein bock mehr aber trotzdem er könnte schon einmal in der woche ein video rausbringen für die amonenten ganz ehrlich würde ich aufhören würde ich trotzdem ein bis zwei videos in der woche rausbringen ich wäre jetzt echt so korrekt dass ich rausbringen würde für euch aber wir ähm ich hab einfach spaß an nostel macht einfach spaß ist das beste game was ich gefunden habe habe ich vor fünf jahren gefunden ähm da war ich 14 ja ach du bescheiß aah ok jetzt hören wir mal auf ähm ja es war's hier jetzt auch und jo ihr könnt mir unten bei den kommentaren irgendetwas hinschreiben keine ahnung und jo leute viel spaß beim zocken und lasst euch nicht abzocken und jo bis zum nächsten mal tschau 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 tschau